Hallo zusammen. Heute gab es eine Kopfnuss von unserem Korkvater Jürgen Sartorius. Hatte ich doch vor wenigen Tagen den Song Wake Me Up Before You Go Go von Wham gespielt und mich dabei mit dem Style Pop Shuffle abgemüht. Da schrieb mir doch glatt heute Jürgen, warum nimmst du nicht den passenden Style? Mit dem OS 3.1 Update für die Korki Bots gab es damals einige ganz tolle Styles und da war der Style Make Me Pop dabei. Also ich habe ganz offensichtlich vor lauter Wald die Bäume nicht gesehen oder vor lauter Styles den richtigen Style nicht gefunden. Probieren wir das doch gleich einmal aus. Wake me up. Pop! Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.